Ich bin in das Projekt von KEBA und Hitachi eingebunden, darüber, dass wir schon mehr als zehn Jahre mit KEBA zusammenarbeiten und KEBA uns eingeladen hat, diese wichtige Entwicklung der neuen SB-Geräte mit zu begleiten. Wir haben, glaube ich, drei große Herausforderungen zu meistern. Das eine ist der Kostendruck, das zweite ist das Thema der Digitalisierung und das dritte ist ein stark verändertes Kundenverhalten. Hier hatten wir echt die Chance, als Kunde mal an einer Maßabfertigung mitzuarbeiten und selbst unsere Ideen einzubringen und das Gerät mitzugestalten. Das hat Freude gemacht, hat uns auch viel gebracht. Wir haben selber als Bank viel gelernt und ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Hier bei Erste Bank haben wir gemerkt, die digitale Revolution verändert, die wir mit unseren Retail-Kustomern interfazieren müssen, die alle die Mobiltelefonen und Touchscreens nutzen. Es gibt eine konstante Need für Geld mit Draht und Depositen. Bei der neuen ATMs für das, wir können große Erwartungen und Efficienz machen. Der KEBA-Anti-Tachi Co-Creation Projekt hat eine neue, innovative Recycling ATM Module, die wir hier haben. Es ist für die Zukunft der Automated Cash Banking und wird mitzündet, mitzündet und mit vielen neuen Features und Benefits für unsere Kunden. Die neue Cash Recycling ATM Module ist sehr robust und relativ, so unsere Kunden sind nicht inconvenienced. Es muss run faultlos 24 Stunden, 7 Stunden a week. Hier bei Erste Bank, wir sind glücklich, zu sein, dass diese Innovation in den ATMs in der Zukunft und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit KEBA und Hitachi und zu fortsetzen, die beste Technologie für unsere Kunden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jenny Stolz